Das Schwein schläft einfach. Ist er irgendwie da? Warte mal, ist es da? Ne. In dem Schrank kann ich auch nichts machen. Ich hab eigentlich gedacht, irgendwie ein Bild oder sowas machen. Hier in der Ecke ist auch nichts. Das ist echt seltsam. Vielleicht nochmal nach oben gucken. Halt da lang. Ja, da war er wieder. Geil, aber ich glaub, die spuken hier einfach nur so rum. Das ist toll. Alles. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, das Geräusch haben wir auch noch nicht gehört. Ich kann hier nichts öffnen. Hier? Nein. Tagebuch, da ist nix. Flyer? Nein. Das bringt mir alles nix. Okay, gucken wir nochmal hier drin. Die Geister spuken hier. Ich kann hier auch nix aufnehmen. Wo ist denn die Katze? Die sollte hier doch auch irgendwo sein. Weil ich glaube, die zeigt uns immer ein bisschen, wo wir hin müssen. War mir hier schon? Mache einfach Bildung. Bei weiß vielleicht sind sie ja für was gut. Nee. Hier scheint echt nichts zu sein. Da ist nix, da ist nix. Ist das was? Nein. Gehe ich erst mal nochmal da lang. Durchgang ist jetzt offen. Weil das haben wir ja schon geöffnet gehabt, ne? Ah, ich weiß, wo die Katze war. Genau. Wir sind nur auf die andere Seite. Ich glaube, hier war die Katze irgendwo. Warte, was war denn das jetzt schon wieder? Liegt da irgendwas? Nee. Hier war ja... Wie hieß sie? Na, da vorne? Nee. Finster öffnen. Nein. Dann ist das Schweinschuh wieder rum. Okay, Zeitschrift oder sowas. Hat's nicht. Stabas? Nein. Was war das? Hat er was verzerrt? Und das ist hier gerade so? Was ist das hier? Was ist das? Nee, das ist echt nix. Was sind wir hier? Die erste Hilfe sind. Wenn ich waage. Was ist das denn im Vorhang? Nichts. Nichts. Aber ich höre die Katze. Das ist die Katze. Die höre ich. Da ist sie. Okay, komm mal her. Ja, was? Ich folge dir. Die hat uns das letzte Mal auch geholfen. Ja, ich bin doch da. Ich will jetzt trotzdem mal hier in die Toilette gehen. Und guck mir nochmal alles an. Ich glaube, das Geräusch. Irgendwas. Was soll mir das Geräusch bringen? Ich glaube, hier waren wir doch schon. Ich glaube, hier war gar nichts, ne? Mal genau schauen. Nee, da ist auch nix. Nicht da gucken. Nee. Da ist auch nix. Andere Toilette. Ah, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch zu. Ich warte nur auf einen Jumpscare. Das gibt's nicht. Kann ich hier irgendwie reingucken? Was ist das jetzt? Und da ist die Katze. Was ist das? Also, wir hier waren, glaube ich, nicht. Das ist die Toilette. Ich glaube, hier ist irgendwas, was wir finden müssen. Ich erwarte Schlimmes. Hä? Hier ist doch nix. Wirst du in der Stadt drinnen schauen? Oh, was ist das? Okay, es wird lauter. Okay, es wird lauter. Das muss doch irgendwas sein. Das muss doch irgendwas sein. Ich finde hier nix. Ich finde hier nix. Was ist das? das blut dass wir öffnen ja ein kleines schloss sichert die schranktür super noch mal ein schlüssel ist das ich auch nicht aufheben die tür ist jetzt offen das ist jetzt auch offen hier war hier irgendwas okay wir haben jetzt erfahren dass oben eine schrank ist dafür brauchen wir einen schlüssel so die katze zieht weiter komm jetzt ich habe es genau sandel ballon war es genau die haben wir getötet das geht so weiter ich habe auch keine eine notiz oder sowas da tritt auf die katze ja ja ich weiß echt nicht weiter die räume habe ich abgesucht da ist nix fertig da war auch nix hier drin ist auch nix den weg gehen wir gerade umsonst glaube ich ja mal jetzt die abkürzung ist hier noch irgendwas was oh was ist das was gefunden jengle ein deformierte hormonale gestalt die vor mystische energie pulsiert oh ok 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 wir haben einen gegenstand wenigstens etwas haben wir hier schon haben wir hier hier aber haben wir hier hier die Okay, jetzt gehe ich noch mal runter. Okay, der ist auch wieder frei. Okay, jetzt gehen wir an. Okay, jetzt gehen wir an. Oh. Okay. Ah, wo. Oh, wow. Jetzt häng ich ihn ab. Was? Schön Ziele aktualisiert. Ich find da nix. Ich komm echt nicht weiter. Ich find da nix. Ich find da nix.